Wir vermitteln Hunde aus dem Tierheim. Die kleine Candy ist fünf Monate alt. Ich bin schockverliebt. Was so drin ist, kann man nur spekulieren. Ihr seid ja echte Hunde-Experten. Also es waren immer Hunde omnipräsent in meinem Leben. Das sind keine schlechten Hunde. Die haben einfach nur einen blöden Stock gehabt. Ganz lapidar wachst du auf und du weißt, jetzt ist es halt richtig. Ja, und jetzt wird es spannend. Untertitelung des ZDF, 2020